Zweite Etage machen? Nö, die steht da falsch. Naja, irgendwie noch nicht. Also ich hab's gar nicht ausprobiert, wenn ich... Moment... Wie brauche ich denn Treppen? Man kann Treppen bauen. Da! Ladders. Stone Ladder. Die könnte ich jetzt einfach hier reinsetzen. Irgendwann falscher Raum muss ich mit einem anderen ausprobieren. Kann ich ja mal mit dem Raum hier ausprobieren. Also ich ja... Go go. Ja, dann geh doch wieder pennen ey. Leg mir doch die Eier an. Ja, dann geh doch wieder pennen ey. Leg mir doch die Eier an. Kann ich nicht wahr sein, wie viel die pennt. Ach, meine Weile. Heroes. Caravan. Da! So, du hast jetzt so ein Steinling gebaut. Ba bumm. Und jetzt? Ich möchte jetzt wahrscheinlich irgendwie so eine Zwischendecke ziehen, oder? So, sind wir wieder. Äh, ich weiß jetzt echt nicht genau wann ihr das verpasst habt, aber... ...irgendwann hat man fast noch nicht mitgespielt. Die war einfach froh. Ja, dürfte aber nicht so viel passieren. Dürfte aber nicht so viel passieren. Dürfte aber nicht so viel passieren sein. Christian hat wohl rausgefunden, wie man eventuell eine zweite Etage bohrt. Und ich hab mir noch so einen Markt gebaut, aber da löschte noch nichts drauf. Also in dem Iki sagen die, du kannst zum Beispiel erstmal hingehen für, ähm... ...für das Erdgeschoss gehst hin und baust erstmal, äh... ...sozusagen ein Feld in die Erde. Und da haust du dann Blöcke rein. Ähm... So als Grundierung. Dann machst du außen rum so eine Mauer und dann, äh... ...ja, baust du immer weiter da oben. Okay. Muss man da ein Dach draufsetzen? Da kannst du mal kurz nachgucken, wie man die Leute ein bisschen happy kriegt. Ah, interessant. Webbrowser. Können das vielleicht selber mitlesen. Ciao. Also... ...und die dürfen nicht so überarbeitet sein. ...und die dürfen nicht so überarbeitet sein. Quasi, und ... Tawirna. Dining Room. Hm... Zwo, vier, sechs, sieben. Zwo, vier, sechs, sieben. Ah, shit. Na. Müssen denn Türen zwei Etagen hoch sein? Die automatisch, oder? Ach, ne, ich mein, die Wände, müssen die denn auch zwei Etagen hoch sein? Das weiß ich nicht. Das probier ich jetzt aus. So, dann kommt hier mal so ein Ding hin. Ein Stuhl, ein Stuhl, ein Stuhl und ein Stuhl. Das nicht, das nicht. So ein Bait kann er noch mit rein. Hm. Hm. Genau. Genau. Tauenzuiki. Mal gucken, ob der mit drauf ist. Eine Sekunde kurz Aufnahme und da ruhig. So sind wir wieder. Sehr cool. Ist mit drauf. Ist natürlich ziemlich fett. Ich kann selbst im Wiki nachgucken. Zum Spiel. Äh. Da. Roof. Na. Ah. Scheiß Punkt hier. Waxen. Wooden Wards. Okay. Okay. Blah, Blah. Okay. Blah, Blah. Gucken wir mal kurz. Gucken wir mal kurz. Happy. Ness. Und wir schauen mal. Happiness. Nicht so, oder? Nein. Happy. Ness. Happy. Ah, mit Doppeln. Jawohl, die benutzen die Leiter. Ah, ich bin so gut. Happy. Happy. Having Dining Room. Komplett wie Table and Chair. Okay. Having full French Puzzle, including decoration. Okay. Natürlich nochmal über so eine Chest rein. What the heck? Destroy your love laws. Decoration. Indoor. Indoor. So gemacht. Dann tun wir nochmal so eine Wood rein. Und so eine. Dann tun wir dann. Hier auch nochmal so eine Chest. Und so ein Ding. Hier auch nochmal so eine Chest. Okay. Hier liegen noch Steine. Okay. So. Da brauche ich noch Arena. Market. Ehh. Okay. Ah, after building my occurrence will arrive in your town weekly excluding. Excluding. Okay. If you're not fair to have the current around but can't be known. Okay, bleibber. Margaret with Cururum. Okay, da muss man auch irgendwo drauf stellen, dann machen wir das doch mal kurz wie auf dem Bild, ja? Na cool, das ist so eine Harfe. Die stellen wir doch mit da rein. Ah, die gehen auch immer zum Dining Room. Interessant. So, machen wir hier ein Chest Table. Zurück, zurück. Furniture. Selbst dem Mining normal nicht, ich krieg da irgendwie total Probleme die Leitern richtig zu setzen. Ja, das kann ich noch mal ziehen. So. So. Ähm. Wie sieht jetzt so die Happiness aus? Ey, der eine ist über 23. Die Jasmin. Change Owner. So, wir kriegen da ein mega Hütchen jetzt. Decoration Indoor. Boots and Stones. Ja. Habe ich. Wie sieht hier? Das hier. Das hier. Das hier. Und das. Und das. Und das. So, mal kurz hier ein bisschen runter. Buff. Buff-dish. Leck, ach so, und Arena. Okay, brauchen wir noch eine schöne Arena für euch? Kein Problem. Market, Barracks, Arena. So, was haben wir hier? So eine Bachelor Farm, die bauen wir auf jeden Fall auch noch. So... Oh, Market is in Arena. Okay, ich bin hier in der Zone. Ich bin hier in der Zone. Ich bin hier in der Zone. Okay, Livestock. Ich bin hier in der Zone. So. Next Pand Arena nicht. Sind das so viele oder so? Könnte man immer bauen. Wenn er da so hat. Upsala. Also hier. Hopp. 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 Und hopp. Was ist das? Not. Not. Bei uns. Bei uns haben wir auch noch. Bei uns haben wir auch noch. Bei uns können wir auch noch benutzen. bei uns haben wir auch noch mal ein bisschen. Alles klar. Die Beheu. Bei einer anderen ist auch eine Balcony oder sowas. Upsala. Personal Rooms, Arena, Market, and as a wedding, Blue or Vanity